ich bin schon beim Betrug hast du zu tief graben der Kompetenbauer und gegen in der Männer haben nur ein ich gab mal um den Charme der Fläche ist er auch in Kurs jetzt haben wir Sand auch noch der hat ein bisschen was von der Wand weggesprengt der Creeper hat die Wand angesprengt ja ich könnte gleich sterben wieso brauchst du was zum Essen nicht nur das ich hab gerade gekämpft und da ist noch ein Skelett doch was nicht noch ich bin aus der Testung ich hätte mich ja auch so nix auf 4 und ein Wort der Hochschule und so dass ich ja ich hab hier für alle Spiele groß so das ist nicht ich würde sie schon kaufen müssen Hello das ist ja schon als jetzt fast von der von der Kante und der Pfanne ich würde einfach alles in den Wettbewerb ich bin viel ich bin auch über um das Leben 4 die Kost die KM die Lappen oder entgegen die sehr wichtig wo die Sorge und ich habe auch kein Essen mehr können eben auch die Schüttel die Kräger Fuck, oder? Fuck Äh, ich glaube mein Minecraft ist gerade abgeschmiert, oder so? Dann beell dich Ja Äh So, wir kommen zurück Äh Okay, ich hab ziemlichen Hunger Ich bin gerade einmal abgeschmiert Und ich glaube ich schmiere gerade ein zweites Mal Ja, warum schmiere ich ihn immer ab? Nein, ich hab das Schwein runtergekommen Wir haben ja alles Willkommen zurück, verehrte Zuschauer I have no idea what just happened Sie haben zwölf Eisenbahnen Mehr nicht Und es ist noch was drinnen Ich hab Gold aus, ich hab aus dem Grund Gold in meinem Inventar Ich werde hier jetzt dahin geworfen Ich bin gecrashed Das Gold muss mir einschmelzen Goldrüstung ist besser als gar keine Rüstung Ja, ich hab hier übrigens das hier Ja, nein, dem Verzauberte Bauen wir die Verzauberte auch? Bauen wir die Verzauberte auch? Nein, ich würde sagen Ich bin kurz der Standaufnahme Wie viel String haben wir? Äh, zu wenig Alles in der Kiste angegriffen Ich nehme mal hier die Kiste mit Nur eine? Mit dem ganzen Fallen Zeugs Ich sage, wir bauen nochmal ein Cobblestone-Haus Rundherum Na, Holz haben wir eigentlich auch genug Hm, was kann ich eigentlich wegschmeißen? Feuerzeug könnten wir uns auch bauen Ja, hab ich gerne was Cobblestone Und dann lass mal Ah, verdammt, wir haben noch keine Lama gefunden Ähm Ich stelle mal die Kiste auf Mit all den Redstone-Sachen Ich hab mir aber 32 Pfeile, Hauptsache das haben wir Also geh keine Spitzacke mehr machen Aber schnell Ehm, Oli, bleib mal da Ja Ich hab mir der Eif gebunden Hast du das gekriegt? Ja, ja auch Ok, und die letzte Hämmer verehren drauf Ich hab der Eif gebunden Ich hab der Eif gebunden Ich hau mal das Gold in den Ofen Alter Ich mach hier einfach mal ein Häuschen drum Was brauchen wir eigentlich noch? Eisen Wir machen den Holz Den Boden aus Holz Da fällt eine Druckplatte nicht so sehr auf Was machst du dann unten? Ich glaub, da wartet jeder Dass da eine Falle ist Wenn du das Haus baust Ja, ok, dann können wir uns Einen Notausgang durchs Haus bauen Oder so Ich würd eher sagen Wir bauen im Haus selber nix Aber unterm Haus Alles voll mit TNT Dass wir von der Ferne zünden können Wir haben nicht so viel Schießpulver Wir haben nicht so viel Schießpulver Wir haben nicht so viel Schießpulver Wir haben 2 TNT, es muss reichen 2 TNT? 2 TNT? Ja, ich müsste eine Rest-Küste liegen 4 TNT 4 TNT Ja, wir haben wirklich 2 TNT, da schon her Ja, wir haben wirklich 2 TNT, da schon her Hm Ich habe eine Höhle von der Stellkumpfung runter Oli gestor Ich mach hier eine Falle fertig Creeper Nein 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 Ich bin gleich Hast du noch genug zu messen? Nein, ich bin gleich, ich lock mich da aus Weil ich verstehe Ok, renn einfach mal runter Die müssen Gang rausbekommen Mit Schwert Welchen Gang? Ähm Links und rechts gehen und dann gleich links Links Und dann ist so ein breiter Gang Ja Ja Und unten sind wo Creeper, das heißt ich würde aufpassen Du, ich seh dich eh grad Ich geh grad die Spiele, wo ich gar nicht eingeloggt bin Und da sagt Feta Feta Ich komm schon, aber ich hab keine Und unten 2 Spielen wem genau vor mir Die können, dafür kriegen wir einen String, ich mach nur noch schnell eine neue Fuckling Nein, ich mein zwei String sind Ja, ich sag Ich komm grad, oh Gott Kommen ist Privatsache Da bin ich hinter dir, hinter dir Ich seh ja rund um mich Ich seh da nichts, hier drüben ist nichts 10 Minuten noch Das geht sie raus Das geht sie raus Okay, hier haben wir Lava Wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen hier unten Da ist Lava, wir müssen das Gold holen, das da liegt Hier ist Kohle, hier ist noch Eisen, hier ist keine Spinne Sie haben ein Skelett Müssen wir eigentlich nach 10 Minuten oben sein, oder? Kann man sich auch da unten verschanzen Wir können auch unten verschanzen, aber ich Okay, hier drüben geht echt die Party ab Äh, Kroster, ich könnte dich jetzt hier mal kurz brauchen Ah, dein Leben Ja, also jetzt brauche ich dich auch nicht mehr Bist du los? Ne Ich glaube, ich bin falsch gelaufen Hier ist Eisen Ich weiß nicht mehr, wo ich, wie ich raufkomme Ich hab, du musst Ah, da Ah, das ist der Treppwort Ja, hab ich Ich schmelze das Eisen auch gleich hier unten, oder so Ich hab zwei Leben und ein und ein halbes Hungerpaar Ich geh weiter Ich geh weiter Also wenn du nicht was im Angebot, hab dich nicht alles Ich hätte eh erst dabei gehabt, sag was Du weißt, dass ich nicht aufpasse, wenn man mir was sagt Hier ist Gravel, dass ich da platziert, das ist Absicht So Ich hab' Ich hab' Ich hab' Irgendwas zu messen auch da Dich muss ich nicht sparen Ne Was machen wir jetzt noch? Ich geh nur runter, aber Hol das Schwert und der Spitzhack, wir gehen runter, da ist sicher voll viel zum holen Ja Dann bauen wir alles ab da, nehmen sie mit runter, oder? So, ich brauche Ich hab' schon 15 Eisen Also damit kann man schon was erreichen Wir brauchen für jede Eisenrüstung Zumindest irgendein Teil davon, ne? Warum einfach alles ab und nehmen alles mit runter? Okay, ja, auch den Zaubertisch und so Alles abbauen Wir können auch ne Gravelfalle oder so machen, ne? Wie? Naja, mit Gravel Und durch dein komisches Tunnelsystem findet da eh keiner hin Nehmen wir da noch die Fackeln weg? Ich würd' sagen, wir schmelzen Stein und blockieren den Eingang Oder? Ja Okay, ich schmelz Ich geh da noch mal runter Hier ist's auch nischt Müssen wir an der Lava vorbei Hier bauen wir gleich ne kleine Basis, oder? Hier bei einer anderen Stiege Kruste, also wo ist denn der Oli hier? Ja, da wo ich grad bin Ich brauche nen Täuschungsgang Ich brauche nen Täuschungsgang Äh, ich... Hast du nen Crafting Table dabei? Ich hab ihn Ich hab ihn grad einen aufgestellt Ich mach... Hast die Öfen da? Weil ich brauche jetzt dringend mal was zum Schmelzen Da komm weiter runter, wir bauen weiter unten Kruste Nicht da Ist ja wurscht, ich mein... Das ist nur so ein Feldstecher Wenn wir sterben, sind wir sowieso tot Also können wir's uns auch eigentlich relativ schenken Ja, aber wir können taunen und täuschen Naja, das auf jeden Fall Also hier, ich brauche nen Ofen Ich kann alles aufstellen Wo stellen wir's hin? Wo stellen wir's hin? Dann nach hinten Ja, okay, dann nach hinten Wir brauchen nen abgesicherten Bereich Ich nehm den linken Ofen gleich Achtung, spinn irgendwo Ich hab auch genügend String Um zumindest ein paar Bögen zu machen Okay, mach ein paar Bögen Haben wir schon nen C-Table Ich hab nämlich da drüben einen aufgestanden Kann man sich auch nen Hölber Talbohrn? Ah, I wouldn't recommend it Ich glaub nicht, dass das Rad haben wär Es gibt auch ne zweite Runde, ja Aber übrigens, für alle Zuschauer Die ich jetzt in den letzten paar Minuten relativ regeneriert hab Ähm, die Folgen werden wahrscheinlich ewig lange dauern, bis sie mal rauskommen Einfach gesagt, einfach weil ich jetzt auf Urlaub fahr Ja, das wir werden's aber nicht hören Das wird denen egal sein Weil wenn es oben ist, werden sie's hören Meine Lieben Verstehst du's? Ja, ich weiß, ich weiß Aber ich bin halt so ein ehrlicher Mensch Ich muss... Okay, es reicht knapp nicht für drei Bögen Ich brauch einen Also gut, ich darf ne Range Weapon haben Ja Ich mag auch eine Ich verzauber mal den jetzt Auf Level 5 Power 1 Wow Das ist das Nutzloseste Enchantment Was man haben kann Da hast'n Bogen Yeah Nach fünf Minuten bis zum Kampf, ey Power 1 ist echt voll gut Haben wir Leder? Können wir mit den Leder auch zusammenlegen? Ich hab auch Power 1 Das ist echt voll gut Power 1 Ich hab drei Leder Ein Eisenschwert möchte ich auch haben Ja, brauche ich zwei Hat der Eisen? Ich hab sieben Eisen Ja, ich hab Eisen Mach mal für jeden ein Eisenschwert Ich hab schon Da hast du ein Eisenschwert Gibt's schon drei Eisenschwerter? Ich hab noch sieben Eisen auf der Hotbar Also, gib... So, ich mach da eins Kann ich selber eins machen Okay, mach da selber eins Hast du Sticks? Ja, ich hab alles So, ich... Okay, dann müssen wir schauen Wie... Ich hab Schattenes Einsenschwert Na, immerhin Stimmt, das Schwert kann ich auch noch enchanten Dann macht's hier Fernkampf Ich Nachkampf Ich krieg die Rüstung Jawohl Du machst Tank Warte, äh... Aus dem Leder kannst du leider nix machen Aber warte, ich hab noch sieben Ich schmelz Ich schmelz die Steine Damit wir so An Gang machen können Dann sollten wir euch eine taktische Position bauen Das irgendwo erhöht steht Ja, genau Das sollte man vielleicht mal Friggen beeilen Oder so mit der taktischen Position Okay, ich hab noch mal fünf Eisen Ja, gib her Ich würd sagen, jeder macht hier Chestblade Das bringt er meistens Ja, wir haben leider Nug Eisen eigentlich Also, ich nehm mal Das TNT nehm ich mit Ich mach mal zwei Redstone-Fackeln Wie ist das ganze Eisen? Wir haben's Huch zu Er ist der Nahkämpfer, ja? Ja Ja Er braucht Er braucht die Er braucht die Ja, aber wir brauchen auch ein bisschen was Ich hab... wieviel Fälle hast du? Gar keine Die Hälfte von Meilen Also gut, ich hab hier... ich hab zwei TNT auf der Hauptbar Ähm... ja Ja Nimm die als Nahkampf mit Also einfach mitnehmen Ja, die drei Minuten bis zum Kampf Die verwenden beim Kampf, das ist zum effektiven Ich hab hier übrigens noch Eisen am schmelzen, ne? Ich weiß nicht, wie... Ich hab vergessen, wie raufkommt, wo ist der Gang rauf Ich sag...